Frau Bundeskanzlerin hat gesprochen über die Migrationspolitik. Und ich unterstreiche, was Sie gesagt haben, Frau Bundeskanzlerin, zum Migrationspakt der Vereinten Nationen. Machen wir uns bitte aber klar, dass dieses Vorhaben zutiefst umstritten ist. Und natürlich ist an dem Pakt nicht alles so formuliert, wie wir es alleine hier im Deutschen Bundestag beschließen würden. Aber es ist besser, diesen Pakt zu haben, als nicht. Wenn ich die öffentliche Debatte sehe, habe ich aber eine Befürchtung. TTIP, wo wir heute froh wären nach Trump, wir hätten klare Regeln für den Welthandel und den transatlantischen Handel. TTIP ist von der politischen Linken durch Desinformation kaputt gemacht worden. Das darf jetzt beim UN-Migrationspakt nicht von der politischen rechten Seite sich wiederholen.